Frieren im Winter. Kommt 2023 ein dauerhafter Heizkostenzuschuss für Millionen Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Rentnerinnen und Rentner werden zum 1. September 2022 die 300 Euro Energiepreispauschale nicht erhalten. Der Grund für den Ausschluss ist unter anderem, dass sie ja eine große Rentenerhöhung zum 1. September 2022 erhalten haben und damit auch zum Teil die gestiegenen Energie- und Strompreise abfangen und zahlen können. Die Energiekosten steigen und steigen. Viele Menschen haben gegen den Ausschluss protestiert. Das zeigt bei der Politik offensichtlich Wirkung. Ab 2023 soll es nach dem Willen von Kanzler Scholz eine große Wohngeldreform geben. Der Kreis der Wohngeldberechtigten, Rentnerinnen und Rentner und Studenten soll dann erheblich ausgeweitet werden. Ein dauerhafter Heizkostenzuschuss soll im Wohngeld integriert werden. Aktuell beziehen knapp eine Million Menschen Wohngeld. In Deutschland, so gibt es seriöse Schätzungen, leben 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Armut. Wir hatten kürzlich in einem Video erläutert, dass Menschen mit weniger als 1.126 Euro Netto-Rente monatlich arm sind. Ob der Kreis der Wohngeldempfänger wirklich so weit ausgedehnt wird, dass alle Menschen mit kleinen und mittleren Renteneinkommen oder Studenten mit BAföG dann tatsächlich vom Wohngeldanspruch umfasst sind, ist zu hoffen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass auf einmal dann 5 Millionen Menschen oder 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner mit einem Schlag im Wohngeld drin sind. Für viele Rentnerinnen und Rentner, die sich die teuren Heiz- und Stromkosten nicht leisten können, wird die angekündigte Reform im Jahr 2023 einfach zu spät kommen. Es ist zu befürchten, dass sie im Winter in ihren Häusern, in ihren Wohnungen, die sie gemietet haben, einfach frieren werden, weil sie sich das teure Heizen nicht mehr leisten können. Eine bittere Realität im reichen Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Tage, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.